So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Command & Conquer. Wir können genau eine weitere Mission wählen, das tue ich gleich mal. Bitte warten, jetzt bin ich gespannt, was auf uns zukommen mag. Beförderungen gehen in der Roten Armee mitunter recht schnell. Sammeln Sie weiterhin Siegestrophäen und die Zukunft gehört Ihnen. Einer unserer Konvois bewegt sich durch feindliches Gebiet. Sie wurden abkommandiert, ihm auf seinem gefährlichen Weg Geleitschutz zu geben. Sorgen Sie dafür, dass die Wagen sicher am Ziel ankommen. Als Belohnung für Ihre treuen Dienste wird Ihnen eine große Ehre zuteil. Wir stellen Ihnen unsere neueste militärische Errungenschaft, den MIG Jagdbomber, für diesen Einsatz zur Verfügung. Er ist einfach unschlagbar, wenn es darum geht, größere alliierte Panzerverbände zu zerschmettern. Mit dieser MIG und Ihren üblichen Jagdflugzeugen sollten Sie eigentlich keine Probleme haben, für die Sicherheit des Konvois zu sorgen. Verstärkungen sind eingetroffen. Das klingt doch geil. Der MIG ist großartig. Okay, wir haben auch nur tatsächlich Flugzeuge anscheinend. Aktuell, hier ist noch ein paar Panzer. Ihr seid mal Trupp 1 gleich. Ihr seid die 2 und meine beiden MIGs mache ich zu 3. So, da ist der Konvoi. Muss ich den jetzt begleiten oder was muss ich jetzt tun? Ich denke mal, ich muss ihn begleiten. Der fährt mir wahrscheinlich hinterher, oder? So, das hier ist das Spionageflugzeug. Ich würde gerne vorab ein bisschen Aufklärung betreiben, bevor ich da jetzt... Okay, passt mal auf. Ich schicke mal... Ja, ich schicke den hier mal ein bisschen vor. In der Hoffnung, dass der Konvoi noch nicht mitfährt. Sehr gut. Bestätigt. Welcher Weg ist wohl der cleverste? Aha, hier haben wir wieder ein paar Soldaten. Ja, komm schon. Melde mich wie befohlen. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. In Ordnung. Sie haben gehört. In Ordnung. Bestätigt. Hier dürft ihr mir auch noch angreifen. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Ja, der ist. Bestätigt. Melde mich wie bestätigt. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. 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 So. Jetzt ist trotzdem die Frage. Geht es hier geschickterweise weiter oder eher nach da unten? Der Panzer, der ist eh schon so gut wie verloren. Leider. Bestätigt. Den schicke ich mal ein bisschen vor. So als Vorhaut. Äh, Vorhut. In Ordnung. So. In Ordnung. Und da ist auch wieder ein Soldat. Bestätigt. Da sind ein paar mehr Soldaten wieder. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Dann holen wir uns die jetzt mal. Die Dionageflugzeug bereit. In Ordnung. In Ordnung. Der Himmelsangriff. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Ziel wählen. Und dann decken wir mal nach unten ein bisschen mit dem Spionageflug zu bauen. Ja, Sir. Ja, Sir. Sehr gut. Aha. Da haben wir auch noch welche. Ja, Sir. Dann gehen wir mal die auftanken hier. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. So. Es geht ja auch Gott sei Dank nicht auf Zeit. Von daher lassen wir uns einfach so viel Zeit, wie wir brauchen. So. Das reicht jetzt für die hier unten. In Ordnung. Erstmal den hier aus dem Weg räumen. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Na, kommt schon. Sehr gut. Und einen haben wir hier immer noch. Und dann dürft ihr mal nach Hause kehren. Ja, Sir. So. Hier, Einsatzfahrzeug. Melde mich wie bevor. In Ordnung. Hier ist der leicht Angeschlagene. Hier geht es nicht weiter nach unten. In Ordnung. Das heißt, es geht maximal nach links. Schauen wir mal. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Ja, gut. Das überlebt er wahrscheinlich nicht. Oder überlebt er es? Nein, er überlebt es nicht. Okay. Melde mich wie betrothed. Dann holen wir uns mal schnell einen Luftangriff. Hier ist eine Beschussnipp. Ich baue mal einen MIG. Das hat er immer noch überlebt. Okay. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Haben wir jetzt alle verloren? Oh, wir haben alle verloren. Das ist schlecht. Junageflugzeug bereit. Okay. Hier, Einsatzfahrzeug. Ja, Sir. Ja, aber das ist gut. Die haben da drüben viele, viele explosive Fässer. Wird gebaut. In Ordnung. Können wir immer noch eine bauen? Wird gebaut. Hier, Einsatzfahrzeug. Einheit bereit. Hier, Einsatzfahrzeug. Bestätigt. So, die sind jetzt Angriffstyp 2 und dann sprengen wir mal gleich den Laden hier in die Luft. Ich weiß, es wird gleich wieder Bum-Bum machen. Vielleicht verlieren wir auch einen. Dafür verlieren die auch einiges. Bestätigt. So, komm, ihr habt dann noch ein bisschen Munition hier am Start. Bestätigt. Wo ist der andere jetzt? Hat nicht gereicht. Okay, schade. Melde mich wie befohlen. Aber ich kann mit dem 1er schon mal ein bisschen vorrücken. So, wie breit ist die Karte? Das ist schon ein bisschen was. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Du nimmst den und ihr habt zwei. Melde mich wie befohlen. Ihr nehmt mal den hier. In Ordnung. Müsste reichen eigentlich. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. So. Erwarte Ihre Befehle. Die überfahre ich jetzt einfach mal. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Sehr gut. Ja, Sir. So, ne. Gut, einer ist ein bisschen angeschlagen momentan. Ja, Sir. Äh, jetzt ist gleich Spionage. Flugzeug ist gleich bereit. Das heißt, ich warte mal noch kurz. Spionageflugzeug bereit. Sehr gut. Gehen wir mal hierher ins, mitten ins Schwarze hinein. Okay. Das wird interessant. Das heißt, wir müssen oben rum wahrscheinlich. Ja, Sir. Äh, machen wir anders. Ja, Sir. Das ist jetzt ein bisschen Verschwendung. In Ordnung. Du fliegst mal das Ding an. Ja, Sir. Du fliegst mal das Ding hier an. Und du fliegst mir... Äh, wo ist er denn? Hier. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. So. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Und ihr fahrt mal da rüber. Ja, Sir. Und da habe ich schon wieder eine Flaggstellung gehört. Hier ist er. So. Das war jetzt Heilung für... Ja, Sir. Bilde mich bestätigt. ...alle hier. Hier, Einsatzfahrzeug. Jetzt kommen sie nicht mehr raus, ne? Toll. Doch, geht. Okay. Jetzt brauchen wir als nächstes... Ja, irgendwie Luftaufklärung wäre geil. Aber die braucht noch ein paar Minuten. Äh, dass wir hier mal aufdecken können. Hm. Ich fahr mit denen schon mal bis da her. Ja, Sir. Ein bisschen schade eigentlich, dass die MIG-Flugzeuge nicht auch aufdecken können, wenn sie schon was überqueren. Wenn sie hier angreifen oder so, dann wäre das schon ziemlich geil. Ja, aber na gut. Ist egal. Ich mache auf jeden Fall mal eins. Ich sichere den Einsatz mit MB-5. Hallo? Achso, ja. Numpad geht hier ja nicht gut. Einsatz gespeichert. Ja, Sir. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Melde mich bestätigt. Ich nehme mal wieder den Einzelnen. Bestätigt. Vielleicht soll man mal ein bisschen vorstoßen hier. Bestätigt. Was ist hier? Ah, ein Cyber. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. 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 Na, komm schon. Bionageflugzeug bereit. Sehr gut. Bionageflugzeug ist auch soweit. Dann mal hier hinten. Ja, Sir. In Ordnung. Und du rückst noch ein bisschen auf. In Ordnung. In Ordnung. Die Fässer alle in die Luft jagen hier. Ach, und was hinter dem hier so schön ist. Schau einer an. Okay. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Trauen sich nicht näher her. Ähm. Ich überlege jetzt gerade, wie mache ich das im geschicktesten. Ich versuche mal, das Ding hier als erstes auszuschalten. Wobei, die patrouillieren hier scheinbar immer im Kreis, ne? Äh, hallo? Wer schießt? Melde mich wie befohlen. Wo bleiben sie? Da. Kommen sie. Sehr gut. Einheit verloren. Ah. Okay. Wir haben einen verloren. Das heißt, wir sollten als nächstes unbedingt den Bauhof versuchen klein zu kriegen. Ich frage jetzt, ob wir das schaffen. Einheit bereit. Oh, shit. Nein! Wird gebaut. Ja, Sir. Das ist ungünstig. Das ist extrem ungünstig, weil es geht mir dann langsam... Nein, bleibst du hier? Einheit bereit. Hallo? Ich kann ihn auch nicht mehr anwenden. Oh! Ernsthaft jetzt. Der ist jetzt blöd. Jetzt muss ich hoffen, dass ich wieder irgendwie an Geld rankomme. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Komm, wir fahren mal drüber hier. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Saft jetzt. In Ordnung. Melde mich wie bestätigt. 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 In Ordnung. Bestätigt. Na, komm. Bestätigt. Überfahren geht deutlich schneller immer als kaputt schießen. Aber es hilft meistens nichts anderes. Erwarten Ihre Befehle. Bestätigt. Ich hoffe, wir kommen irgendwie noch nie Geld ran. Spionage Flugzeug bereit. Ziel wählen. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir hier unten mal abchecken. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Welte mich wie befohlen. Erwarte Ihre Befehle. So. Luftabwehr. Ey, die machen uns wieder einen kaputt wahrscheinlich. Hm. Wollen wir es mal riskieren? Einsatz. Ne, ich lasse mal. Zur Not starte ich einfach nochmal vorher. Bevor wir die ganzen MIG verloren haben. Schauen wir mal, ob wir den klein kriegen. Und wie viele wir dann dabei verlieren, ist die Frage. Einheit verloren. Okay, wir haben wieder eine Einheit verloren. Erwarte Ihre Befehle. Schande, aber auch. Und die reparieren natürlich, das ist klar. Jetzt hoffe ich mal, dass der hier ein bisschen schneller dann... Oh, mit ihrer blöden Landeschleife. Macht mal hin, ja jetzt. Melde mich wie befohlen. Und schnell vollladen. Dann habe ich danach aber wahrscheinlich keinen einzigen mehr. Äh, da waren wir. Bestätigt. Jetzt gehen sie wahrscheinlich alle kaputt. Ich probiere es trotzdem nochmal. Einheit verloren. Ah, wieder nicht. Okay, und jetzt haben wir nur noch einen, ne? Sheet-Kram. Okay. Folgendes. Einsatz. Laden. MB-5. Laden. Einsatz geladen. Genau. So. Jetzt müssen wir mal hier aufpassen. Ja, Sir. Dass da nicht wieder irgendwas durchschlüpft. Das ist alles noch vorhanden hier. Ich frage mich sowieso, wie die da hochgekommen sind. Sind die unten rum? Nee, das kann doch nicht sein. Bestätigt. So, und hier war irgendwo einer im Gebüsch gesitzen. Bestätigt. Spionageflugzeug. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Ziel wählen. Erwarte ihre Befehle. In Ordnung. Hier Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Komm. Erwarte ihre Befehle. Bestätigt. In Ordnung. Wie sieht es jetzt? Wo kommen die schon wieder her? Ja, Sir. Jetzt machen wir sie gleich mal alle, bevor wir hier losfliegen. Die Einsatzfahrzeug. Jetzt geht es denen hier noch einigermaßen gut. Nein, nein. Bestätigt. Oh, damn it. Erwarte ihre Befehle. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Erwarte ihr. Einheit verloren. Ach, verdammt. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Fahr drüber. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In den Zweiten. Das ist schon wieder ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Bestätigt. Wir haben es gebaut. Was kostet denn so eine Mick 1200? Okay, da geht dann nachher auf jeden Fall. Eine geht noch. Abwarten ihre Befehle. Und die ist schon wieder extrem angeschlagen auch. So. Ja, Sir. Dann, äh, schauen wir mal. Wie machen wir das? Bestätigt. Fahr mal vor. Fahr noch mal vor. Und vielleicht kommen wir dann hinten an die anderen Fässer noch ran. Ist gar nicht so einfach hier taktisch klug vorzugehen. Hier könnte man noch zwei Stück bauen. Bestätigt. Du sollst nicht schießen, du sollst fahren, Kollege. Okay, einfach durchfahren hier. Bestätigt. In Ordnung. Signalrakete entdeckt. Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkungen sind immer gut. Bestätigt. Bestätigt. So, jetzt ganz schnell hier ran. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Ziel. So. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Aha, hier sind ein paar Invasoren. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Das ist halt... Das wird... Hm, was sollen wir denn... Wir können versuchen, den Bauhof irgendwie einzunehmen. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, das ist vielleicht unklarer. Geht mal noch mal zurück. Verwarte Ihre Befehle. Bestätigt. 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 Ja, der überlebt es nicht. In Ordnung. Bestätigt. Okay. Melde mich wie befohlen. Jetzt habe ich hier einen Haufen Mick. Und hier immer noch... Zwei von diesen blöden... Flax. Die ich so auf keinen Fall irgendwie klein kriege. Mit diesen beiden Panzern hier. Ja, Sir. Ich könnte es mal versuchen. Na, bleib... Bestätigt. Ich versuche es mal anders. Ich versuche die mal so anzugreifen hier. Wahrscheinlich knallen sie es uns wieder ab. In Ordnung. Einheit verloren. Ah, wieder zwei verloren. Und dann hat er den hier noch nicht mal töten können. Schi hat Kraum. Schi hat Kraum. Ist das doch scheiße. Ich bräuchte mehr Panzer. Verdammt. Ja, Sir. Bestätigt. Okay, pass mal auf. Der eine, der muss es jetzt richten. Uns fehlen zwei. Dann baue ich hier Jagdangriffsjäger. Zwei Stück. Sind billiger. Und dann haben wir wieder eine volle Staffel. Wird gebaut. Bestätigt. In Ordnung. Und so ist es eigentlich gut, weil wir werden nicht angegriffen. Noch nicht zumindest. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Spionageflugzeug bereit. Ziel wehen. Spionageflugzeug ist sehr wichtig. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Kommt ja noch einiges auf uns zu hier. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Bestätigt. Und den hier noch. Genau. Leg dich hin und beweg dich nicht. Hihihi. Dann haben wir hier noch ein paar. Hier Einsatzfahrzeug. Bestätigt. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. In Ordnung. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Soldaten. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Kommt mal drüber. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Hier Einsatzfahrzeug. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Okay, das kann ich so nicht überlegen. Zieh dich mal zurück. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Bestätigt. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich jetzt wahrscheinlich wieder den ein oder anderen Jack-Flieger verlieren werde. Ja, Sir. Hier Einsatzfahrzeug. Ein Heizverlust. Aber dafür verlieren die ihre Stellung. Erwarte ihre Befehle. Bestätigt. Melde mich wie betonen. Ich werde meinen Panzer verlieren wahrscheinlich. Bestätigt. Schauen wir mal. Ja, Sir. Ähm. In Ordnung. Mal das Ding hier angreifen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020